Hallo Leute und herzlich willkommen da sind wir auch wieder zu Let's Play Wolfenstein The New Order. Ich muss jetzt hier ganz 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 schnell noch eine Folge raushauen, weil es ist schon Samstagmittag und die soll nachher 16 Uhr ja auch kommen. Und darum muss ich jetzt hier ruckzuck aufnehmen, wird nur eine ganz kurze Aufnahme-Session, die eine Folge und dann auch gleich ans Rendern. Und wir haben in der letzten Folge, oh wir laden noch ein paar Texturen nach, einmal im Kreis drehen, dann müssten wir gleich alles haben. Ja, ne, naja ist ja auch egal. Äh, wo war ich? Ja genau, wir haben einen Hubschrauber gekabert und jetzt müssen wir hier irgendwie mit der reden. Mit der Anja, mit der wir da schon ein bisschen rumgemacht haben im Zug und so. Ne, ihr kennt das ja, ansonsten gibt es hier glaube ich nichts weiter zu tun. Oh, hier sitzt jetzt keiner mehr. Also dass das so nachlädt, nervt mich ja ein bisschen. War das beim letzten Mal auch so? Ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut, okay, wir reden erstmal mit Anja und gucken mal, was dabei rauskommt. Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dati Schut in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Das ist natürlich das Wichtigste von allem. Das wäre alles. Du kannst los. So, jetzt hast du rumgeknutscht. Jetzt je Betonbrocken holen. Die sind quasi kriegsentscheidend. Suche nach schimmeligem Beton. Und gehe zum Archiv. Auf J sehen wir da genaueres. Gehe zum Archiv. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo. Und... Achso, wahrscheinlich auch hier drinnen. Das könnte ja... Spaßig werden. Ist das hier ein Archiv? Wäre schlecht sortiert, aber könnte eins sein. Warum lädt denn das heute alles immer so langsam nach? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, hier sind wir sonst noch nicht lang gekommen. Ah, Hangareingang. Konzeptzeichnung freigeschaltet. So sieht's aus. Ja, naja. Schon so ein bisschen, ne? Ja, wie sind da, Hangare? Noch eine Konzeptzeichnung. Oh, hier haben wir lauter Generatoren drinne und irgend sowas. Und da sind Hubschrauber und wir müssen irgendwie mal eine Quest aktivieren. Notizen? Ja, kann man das irgendwie verfolgen? Ne. Okay, hier beim Hubschrauber soll Schimmelbeton sein. Finden wir. Und wie, die Hubschrauber sind schon cool. Ja, die funktionieren vielleicht ohne Kabel. Ah, hier ist Schimmel. Hier ist ein Schimmelfleck. Auch eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Finde eine Kreissäge. Du musst nie noch ein paar Werkzeuge haben. Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch ihren Weg zurück, oder? Alles klar, Klaus. Zurück an die Ahle. Wollt ihr mir nicht einfach ein Seil runterlassen? Klaus Kreuz. Toll, ich habe hier das Laserkraftwerk und das Messer. Aber dann ist es eventuell davon auszugehen, dass zumindest keine Gegner kommen. Ups, wie habe ich mir Funktionen umgeschalten? Nee. R, E, F. Oh, ich weiß ja nicht mehr wie. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Oh. Aua. Ich habe ja das Gefühl, ich muss hier durch. Irgendwie. Oder vielleicht auch nicht. Aber wo lang sonst? Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich den Waffenmodus umgestellt habe. Lass sie nur kommen. Ja, ja. Steuerung. Tastenzuordnung. Nachladen. Ja. Zuletzt benutzte Waffe. Sprinten, ducken. Auto, Karte. Y und C. Linker Modus, rechter Modus könnte es sein. Ja, ist das. Oder ich laufe natürlich einfach hier am Rand lang. Das geht natürlich auch. Ist sogar ein Stück einfacher. Bleiben wir einfach im Schutzmodus und... Das gefällt mir ja gar nicht. Warum haben die uns nicht einfach ein Seil runtergeschmissen? Ah, hier. Haben wir was? Oh, hier liegt noch was. So. Medipacks. Ja, gut. Und? Aufnahme gefunden. House of Rising Sun. Läuft das im Hintergrund? Ich muss mal hören. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin. Man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs. Von mir, mein Gott, litt ich Not. Finde ich klingt super. Ist natürlich jetzt so ein bisschen, äh... Sag ich mal, rassistisch oder so. Also, na, man könnte eventuell, äh... Hier so eine Nazi-Kulturje-Döns reininterpretieren. Aber... Trotz allem ist House of Rising Sun, äh... Ein super Lied. Und dann macht das auch jetzt... Uh, verbesserte Reflexion. Was macht das jetzt? Reflexion, Verzeihung. Wurde mit einem Reflexionsmodul verbessert. Dadurch prallt der Strahl von nahezu jeder Oberfläche ab... Und verläuft in neuer Richtung mit leicht verringerter Energie weiter. Das klingt ja eigentlich ganz cool. Wir probieren das mal aus. Tatsache. Hat was? Kann man mitnehmen. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht, dass wir hier unten sind. Da war gerade ein Speicherpunkt. Und wir finden noch andere Waffen. Das ist prinzipiell erstmal kein gutes Zeichen. Auch wenn es nur so eine dusselige Schrotflinte ist. Ja, verdammt. Lad nach, lad nach. Aua. Na, die kommen wohl nicht durch die Tür? So ein Mist. Ha, da den Hammer. Aua, warum explodieren die auch immer? Na, so ein Dreck. Aufgeladen und dann doch nicht, oder wie? Wie viele gibt's denn da noch davon? Den erwische ich vielleicht damit eher. Oder auch nicht. Doch, jetzt haben wir ihn. Dafür ist die Knarre fast leer. Wir haben wir vielleicht doch wieder hier die Schrotflinte. Oh, Medipack. Ich habe gerade irgendwo. Ich weiß zwar nicht, wo es lag, aber... Da drüben auch. Dann hier ab runter. Und dann aber doch mal lieber da oben lang. Immer hier der Leiter ist kürzer, als wenn wir da hinten nochmal die Treppe lang rennen. Ihr seid doch scheiße. Jetzt kommt doch schon wieder solche Dinger. Und dann mit so einer blöden Schrotflinte hier. Ja. Nochmal nachladen. Und das nur, weil die alte ein Stück Beton will. Alten, schimmlichen Beton. Kann ich die Tür oder zumachen? Tür? Nein, scheinbar nicht. Munition haben wir auch kaum noch. Gibt es hier sonst noch irgendwas Verwertbares? Nein, sieht nicht so danach aus. Öffnen auf der anderen Seite. Okay, da kommen wir jetzt quasi hier nicht durch. Da liegt ein Stück Schlauch oder so. Oder eine Rolle Kupferdraht. Irgend so was. Ah, hier geht es weiter. Schauen wir da mal lang. Ach Mensch. Wir sollten nur einen Klotz Beton holen. Und dann so eine Scheiße hier. Ein übertrieben großes Medipack. Genau das brauchen wir jetzt. Und warum wir Beton brauchen, verstehe ich immer noch nicht. Hm. So, hier ist auch niemand. Da geht es mit Sicherheit weiter. Und hier sehen wir nichts weiter. Hopp. Na. Maus-Koordination ist gerade noch nicht so. Oh, wir sind wieder da. Das ist ja angenehm. Ja, toll. Ach, halt die Klappe. Oh, das wollte ich nicht. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max. Gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie. Ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so. Klaus hatte mal einen Sohn. Im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht. Er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte, inständig es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein. Und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Verdammtes Regime. So, jetzt haben wir ein Stück Beton. Und haben was über Klaus erfahren. Das tut uns natürlich schon leid. Ich würde dich noch mal sehen, ob es ihm gut geht. Ja, wir gehen uns mal bei Max entschuldigen. Das können wir ja so nicht wissen. Oh, wir gucken uns vorher kurz hier nochmal um. Aber hier gibt es nichts weiter. Doch, hier steht noch irgendwas. Warum muss ich hier Spielzeug sammeln? Aber gut, ich sehe oben in der Ecke schon, äh... Wir brauchen noch so ein Würfel-Dings. So ein Spielwürfel, ein Spielzeug-Telefon und ein Feuerwehrauto. Klassische Kinderspielzeuge. Roboter und Feuerwehrauto. Wie sich das für einen Jungen in Max-Alter gehört. Also jetzt nicht körperlich, sondern geistig. Das sollte auf keinen Fall abwertend gemeint sein. Oh, die sieht noch nicht ganz so sauber aus. Ja, ist ja schön. Oh, hier haben wir noch ein Spielzeug. Ja, das Spielzeug. Alles, was ich hatte, war ein Tanzzapfen und eine Streichhatschachtel. Einfach mal kurz spülen. So, jetzt brauchen wir noch ein Feuerwehrauto. Ich glaube, wir müssen das Spielzeug einsammeln, um uns bei Max zu entschuldigen oder so. Wir suchen einfach mal weiter. Dass hier die Texturen so langsam nachlädt, wundert mich. Das hat ja doch sonst in der letzten Aufnahme nicht gemacht. Aber auch hier... Weder Würfel noch Feuerwehrauto. Gehen wir einfach mal ein Stück hoch. Da scheitert schon daran... Keine Ahnung, wie lange ich das alles noch mehr... Äh, so einen Schubkasten aufzumachen. Ja, und wie lange noch? Was soll das werden, Fergus? Ich weiß es nicht. Nichts. Alles. Es geht um den Jungen, verdammt. Private Wyatt. Er sollte hier stehen, nicht ich. Er war noch jung. Er hatte Potenzial. Mit ihm gäbe es eine Zukunft. Wir beide sind Relikt aus der Vergangenheit, die nur noch der Wille aufrechthält. Ich hab die falsche Wahl getroffen. Tja, ist ziemlich offensichtlich, oder? Ich war bereit zu sterben, ich hätte es gern getan. Ich hab meinen Arsch gegeben, um den Jungen zu beschützen, Blazkowitsch. Und Sie haben sein Leben einfach weggeworfen. Erinnern Sie sich an Prendergast? Der Körper hat einfach alles überlebt. Und jetzt ist er tot. Sie sind alle tot. Und Sie sitzen hier mit diesem nutzlosen Kreis. Ich meine, wie soll es langfristig weitergehen, hm? Wer wird übernehmen, wenn wir die Zügel nicht mehr halten können? Fuck! Das Rumgefluche. Und jetzt raus mit Ihnen. Ich muss mich ausruhen. Da haben wir wohl doch die falsche Entscheidung getroffen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Wir müssen jetzt das Archiv durchsuchen. Aber als allererstes brauchen wir noch Spielzeug. Amerikanischer Trottel. Halt die Klappe. Achso, der meint vielleicht ja nicht mich. Wir sind ja eigentlich Blazkowitsch. Ist ja... Naja, doch schon. Also wir waren zumindest in Amerika. Hier können wir uns noch ein paar Messer schnappen. Die gibt es hier ja eine große Kiste von. Und wir brauchen noch mehr Spielzeug. Oh, hier Albtraum. Man könnte jetzt nochmal... Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal. Noch eine Runde Wolfenstein. Das Original. Aber momentan brauchen wir Spielzeug. Oder wird uns der Rest Spielzeug erst angezeigt, wenn wir mit Max hier redet haben? Ich weiß es nicht. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, brauchen wir spontan auch einen Speicherpunkt. Hier ist noch was. Schimmelbefall in Berlin. Na okay, das brauchen wir jetzt nicht lesen, oder? Das nennt man wohl ausgleichend die Rechtigkeit. Laut Berichten unserer... Freunde vom Widerstand scheint eine neue Art von Schimmelsporengebäude zu befallen zu haben, die aus dem vom Regime verwendeten Superpong... Superpong, hm? Superbeton bestehen. Entstanden ist der Schimmel in riesigen unterirdischen Belüftungssystemen und breit sich nur nur die ganze Stadt aus. Freunde vom Widerstand, das könnte für uns ein großer Vorteil sein, Schimmelbefraß scheint Stabilität zu beeinflussen. Nein, da wollte ich nicht hin, hier eh zurück. Wir brauchen noch mehr Spielzeug. Wird doch nicht so schwer sein, so Würfel und ein Feuerwehrauto zu finden. Aber nein, hier auch nicht. Hast du den Spielzeug verloren, Max? Ah, find der verlorene Spielzeug. Jetzt haben wir quasi erst die Quest. Da ist verschlossen. Haben wir denn jetzt hier irgendwo solche Anzeigedinger? Nicht wirklich. Können auch nicht mit Max reden. Ja, aber unsere Folge ist auch zu Ende. Und ohne Speicherpunkt ist natürlich aber eigentlich auch doof. Wir müssen doch irgendwo noch Spielzeug rumliegen. Vielleicht gehen wir einfach noch eine Treppe runter. Das sieht auch nicht so gesund aus hier. Hier waren wir schon. Ah, hier haben wir noch Würfel. Okay, jetzt fehlt uns nur noch das blöde Feuerwehrauto. Kann das da unten sein? Oder ob das hier noch irgendwo rumsteht? Nein, kein Feuerwehrauto. Hier auch nirgendswo. Doch da unten. Schauen wir doch mal auf M. Archiv, da müssen wir hin. Find der verlorene Spielzeuge. Aber wo? Wird uns hier nicht angezeigt. Wir machen einfach mal das Archiv auf. Karte aktualisiert. Bingo. Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Wir haben alle. Schnell zu Max. Max. So, Ziel abgeschlossen. Oh, ein neues Modell freigeschaltet. Max. Oh, der hat einen Bambi auf dem Pullover. Und ich habe keine Ahnung, ob der jetzt einen Speicherpunkt gesetzt hat oder nicht. Ist mir aber auch egal. Wir müssen die Folge an der Stelle beenden. Die soll ja heute noch online kommen. Ich bedanke mich üblich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Nacht. Und beim nächsten Mal machen wir dann mit der Hauptstory weiter. Wir müssen da ins Archiv. Den scheiß Betonklotz haben wir ja nun schon gefunden. Aber nebenbei, Max mal seine Spielsachen wiederholen, nachdem wir den mit der Säge so erschreckt haben. Das muss auch einfach mal sein. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das gehört sich so, gerade in so einer schwierigen Zeit wie hier beim Regime. Und ja, da opfert man doch gerne mal eine Folge. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.